Der Jürgen, der ist schon ganz gelb im Gesicht, vor lauter Angst, wenn das Seilwand auf 3.000m auf... Aber da der Jürgen keine Angst hat, hat er vor niemandem und nichts, ist das ja überhaupt kein Problem. Jetzt fahren wir mal schön aus dem Kitzsteinzahnhof und so, lassen sie uns mal richtig rot gehen und vor allem in die Berglandschaft. Machen wir eine schöne Optik, genießen schönes Töchle. Eine Seilwand, die ist lustig, eine Seilwand, die ist schön. Warte wohl, ich komm da jetzt mal zu dir rüber, dass wir auch mal beide drauf sind. Sollte doch eigentlich so funktionieren. Genau! Servus Le! Servus! Schau mal, da fahren wir hinauf. Da geht es steil in den Berg hinauf. Und dann müssen wir oben noch ein paar Mal umsteigen. Müssen wir noch umsteigen oben? Ja, freilich. Okay. Dann müssen wir oben noch mal umsteigen. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann müssen wir oben, unten, unten und ein minus ... Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt hier an der ersten Station, wir müssen jetzt noch einmal weiter, dann geht es noch weiter da hinauf, dann zeige ich euch das einmal. Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, das ist die zweite Station auf 2450 Meter, jetzt gehen wir zur nächsten Woche vor dem Ganzenhaus. Ciao, ciao. So Leute, das ist die zweite Station, wir müssen jetzt noch einmal weiter, dann gehen wir zur nächsten Woche vor dem Ganzenhaus. Musik 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Die Geschichte des Kittsteinhorn In den Jahren von 1963 bis 1965 wurde das 3203 Meter hohe Kittsteinhorn als erstes Gletscherskigebiet in Österreich erschlossen und stetig immer weiter ausgebaut und modernisiert. In den 50er Jahren wurde der Skifahren immer populärer und langsam zum Massensport. So wurden zahlreiche Skigebiete eröffnet und Pisten präpariert. Diese steigende Begeisterung für den Skisport fand auch in der Gemeinde Kaprun anklang und so wurde 1963 die Gletscherbahn in Kaprun AG gegründet. Ziel war es das erste Gletscherskigebiet Österreichs zu erschließen, das 3203 Meter hohe Kittsteinhorn. Mit diesem Vorhaben gelang eine wahre Pionierleistung. Der Bau der ersten Gletscherbahn Kaprun 1 Für den Bau der Gletscherbahn Kaprun 1, die in drei Abschnitte unterteilt war, nahmen die Bauarbeiter harte Bedingungen in Kauf. So trotzten sie der Kälte bis minus 19 Grad und verbrachten ihre Nächte und Unwetter Tage in Biwakschachteln, die nur provisorisch beheizt waren. 1965 konnten dann die ersten beiden Abschnitte der Großkabinenbändel Luftseilbahn in Betrieb genommen werden. Im Herbst 1966 wurde dann die komplette Anlage fertiggestellt und man konnte nun auf 3029 Meter hinauffahren. Die Bändelbahn konnte je 35 Personen transportieren und hatte eine Gesamtlänge von 6,2 Kilometer mit nur 8 Luftstützen. Eine von ihnen ist auch heute noch die höchste Seilbahnstütze der Welt. Mit 113,6 Metern. Die Gletscherbahn Kaprun 2 1974 wurde die erste Albine U-Bahn der Welt nach zweieinhalbjähriger Bauzeit eröffnet. Sie hatte eine Länge von 3900 Meter, wobei 3300 Meter im Tunnel lagen. 1994 wurde die Gletscherbahn modernisiert und die beiden Züge ausgetauscht. Sie trugen den Namen Gletschertrachen und Kitzsteingams. Jeder Zug konnte 180 Passagiere in ungefähr achteinhalb Minuten bis ins Albine Center auf 2450 Metern bringen. Am 11. November 2000 ereignete sich an dieser Bahn die tragische Brandkatastrophe, wobei 155 Menschen ihr Leben verloren. Der Tunnel wurde daraufhin renoviert und für immer verschlossen. Am 11. November 2004 wurde eine Gedenkstätte gegenüber der Talstation der Gletscherbahnen errichtet. 1990 wurde der zweite Abschnitt der Gletscherbahn Kaprun 1 von den heutigen Vierersessellift Langwiedbahn abgelöst. Und gleich ein Jahr später, 1991, wurde der erste Abschnitt durch die heutige Panaroma Bahn eine Achterkabinenumlaufbahn abgelöst. So endet ein Stück Geschichte auf dem Kitzsteinhorn. Es wurde immer weiter der Komfort verbessert und 1995 wurden die Kitzschlepplifte im Gletscherbereich errichtet. Seit 1999 werden auch am Kitzsteinhorn Schneekanonen eingesetzt. Die Schneeanlagen sorgen vom Langwiedboden bis zum Gletscherrand für schneesichere Pisten. 2001 und 2002 wurden die Gletscher-Jet 1 und 2 erbaut, modern und umweltbewusst. Das Kitzsteinhorn ist von Beginn an Vorreiter. So wurde die erste Kamera für Livebilder aus einem Skigebiet im November 1983 am Gletscher erprobt. Heute gibt es vier solche Kameras, die den Wintersportler mit aktuellen Livebildern versorgen. Auch das Thema Umwelt- und Naturschutz wurde schon immer groß geschrieben. So wird bei jeder Baumaßnahme auch ein ökologischer Spezialist zu Rate gezogen, um die Natur zu schonen und Ressourcen ideal zu nutzen. Das Kitzsteinhorn wurde und wird stetig modernisiert und mit neuester Seilbahntechnik ausgestattet. Immer mit dem Blick auf den Umweltaspekt und den Naturschutz. So ist das Kitzsteinhorn in seiner Beliebtheit von Beginn an stetig gestiegen. Kommentar übernommen von kaprum.co Die Tragseile der Seilbahn wurden in diesen Bodongblöcken verankert. Sie tragen eine Last von 1300 Tonnen, was eine absolute technische Meisterleistung bedeutet. Musik 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 Amen. 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 Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns über eure Likes freuen. Amen.